Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in unserer Ausstellung Maria Lassnig, die Zeichnung. Maria Lassnig ist weltberühmt als Malerin. Ihre Werke, Klettern in allen Aufmerksamkeitsprogrammen der bildenden Kunst immer weiter nach oben. Viele Museumsausstellungen, Kunstmarkt etc. zeigen die Bedeutung dieser Künstlerin im Bereich der Malerei. Wir haben uns auf die Zeichnung konzentriert. Ein Aspekt ihres Werks, der bisher noch nie konzentriert in einer Ausstellung gezeigt worden ist, der aber quasi die ganze Künstlerlaufbahn durchzieht. Sie zeichnet vom Beginn ihrer künstlerischen Tätigkeit bis ganz zum Schluss, also eigentlich bis wenige Tage vor ihrem Tod. Die Zeichnung hat ein paar besondere Elemente. Das eine ist diese konsequente Arbeit am und mit dem Körper. Sie hat ja den Begriff des Body Awareness Paintings geprägt. Den entwickelt sie über die Zeichnung. Dann gibt es etwas, was bisher überhaupt keine Beachtung gefunden hat, nämlich die literarische Qualität. Sie schreibt auf die Blätter, sie ergänzt, sie setzt zur Art Titel, aber eigentlich handelt es sich um kleine Poesien, vielleicht auch so ein bisschen philosophische Erkenntnissituationen und darüber möchte ich jetzt einmal konzentriert sprechen. Hinter mir ist schon eine Wand, die fast programmatisch eine solche Titelpoesie in sich trägt, nämlich das Gehirn juckt mich. Das ist eine ganz besondere Situation, denke ich, weil einerseits ist es ein Bild, ein poetisches Bild, das ja ein besonderes Körpergefühl vermittelt, das jeden Betrachter sofort herausfordert. Ja, wie kann, wenn mein Gehirn mich juckt, was tue ich dann? Wie kann ich reagieren? Auf der anderen Seite zeigt es aber auch so ein bisschen einen Perspektivenwechsel. Maria Lassnig fokussiert immer auf einzelne Körperteile, ihre Aufmerksamkeit, und von diesem Körperteilen geht sie quasi in die Umgebungsrealität, aber auch auf sich selbst zurück. Es ist ein sehr komplexer Prozess, den man eigentlich sehr schwer beschreiben kann, vielleicht am ehesten mit diesem Spruch, denn das sagt schon sehr viel. Es ist ein Körpergefühl, gleichzeitig aber auch ein geistig erkenntnisorientierter Vorgang, der mit unserem Gehirn verbunden ist. In diesem Sinne gibt es viele solche, ja, markante Sätze einerseits in der Ausstellung, andererseits natürlich zu entdecken bei den vielen, vielen Werken, die wir hier ausgestellt haben. Wir haben einige markante Sätze so ein bisschen als Überschrift darüber gesetzt. Also ich zeichne, also bin ich, das ist eine Grunddefinition als Existenz, als künstlerisches Wesen und das von einer Künstlerin, die über den Trickfilm bekannt geworden ist, dann in der Malerei berühmt geworden ist. Es gibt auch eine wunderbare Poesie, meines Erachtens, die sie formuliert hat. Jede Zeichnung ist ein Triumph über die Unruhe der Welt. Und das hat auch sehr viel mit ihrer Grundhaltung zu tun, einer Art künstlerischen, poetischen Grundhaltung. Ich in meinem Körper, in meinem Körperbewusstsein muss zur Ruhe kommen. Ich muss auch ein gewisses Maß an Abschottung vornehmen, muss mich konzentrieren, muss eine Art aktive Meditation betreiben, die also nicht nur auf Versenkung ausgerichtet ist, sondern aus einem Zwischenspiel zwischen Versenkung und Aufrichten. Und genau das, glaube ich, kann man sehr schön in dieser Ausstellung nachvollziehen. Wir können viele Texte anbieten, viele erkenntnisorientierte, sage ich jetzt einmal, poetische Zeilen. Da gibt es natürlich ein breites Spektrum an Anregungen, die sie erfahren hat. Paul Celan hat sie getroffen, um einfach nur ein paar Namen zu nennen. Die surrealistische Literatur hat sie sehr viel mehr interessiert als die Malerei. Ja, und dann gibt es irgendwo so einen besonderen Bezug, so eine Art Geistesverwandtschaft auch mit Peter Handke. Gerade sein Buch Die Geschichte des Bleistifts hat so eine ähnliche Art der Poesie, die sie dann auch in ihren Zeichnungen zum Einsatz bringt. Ich denke, es ist eine spannende Ausstellung, eine Ausstellung, die zum Lesen einlädt, die aber auch zum Mitmachen und zum Mitschreiben einlädt. Herzlich Willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank.